na gut das ist der neue skin den kann man kaufen nennt sich blatt war nicht billig musste man ein bisschen für arbeiten aber funktioniert sehr gut dann ist das ja auch erledigt ja der bin ich der deputy bitte gut haben wir auch klatsch nixen dann reise ich mal ich würde sagen ich hier geht es mal da geht mal eine mission weiter da einen auftrag mal annehmen ich schaue mal welchen wir da genau nehmen aber wir finden schon ein von den drei ach das ist der bunker hier stimmt jetzt kommen langsam die erinnerung wieder das schon ein paar tage her ja schön dass du zurück bist finde ich auch ich habe eine aufgabe für dich erinnerst du dich ans grandview hotel das drecksloch aus dem wir dich geholt haben du musst wieder hin jacob hat sich ein whitetail namens briggs geschnappt und versucht ihm das hirn weich zu kochen sowie dir er hofft wohl dass briggs die wolfstein verrät ich glaube nicht dass er so lange durchhält wie du und wenn er unsere position verrät war es das also müssen wir schnell sein einige hier glauben dass es das schlauste wäre ihn einfach zu töten aber wenn wir anfangen unsere eigenen leute zu töten um uns selbst zu retten sind wir nicht besser als jacob da mache ich nicht mit stattdessen machen wir folgendes die hat ein kleines dekonditionierung paket zusammen gemischt haben wir auch bei dir genutzt tausche es einfach gegen das band aus das in briggs raum läuft und dann werden wir sehen was passiert wenn alles glatt läuft kommt unser junge wieder zurück zur erde wenn nicht das entscheiden wir wenn es soweit ist gut machen wir so gerade hier vorne wäre das nein habe ich jetzt nicht ich muss zum grandview hotel habe ich doch mit ab zum grandview hotel damit möchte ich eigentlich nicht fahren ich gucke mal wo das ist wo ist denn das ach da oben ja na gut dann fahre ich mal mit so einem ding hier irgendwie in den weg wo ich lang muss okay hier komme ich auf jeden fall zur straße ich fahre erst mal zur straße und dann schaue ich gleich mal weiter ja dann zeigt er uns bestimmt gleich den weg an darauf erst mal eine dose werfen nein ich will sich kündern ach so ich habe ja auch gar nicht ist ja auch schlau ja jetzt hätte ich vielleicht vor mal markieren sollen habe ich vergessen entschuldigung nein lasst mich alle in ruhe mit euren patrouillern da ich möchte jedoch einfach nur mal eine kleine runde durchs land haben und ein paar dosen werfen ich beobachte dich los geht's wie du beobachtest mich lass mich doch mal machen das war eine abkürzung tschuldigung auf der straße läuft man auch nicht wir sind hier doch nicht sonst wo da war der bärenarsch im weg oh nicht hier so moment ich stopp mal kurz dann nehme ich das mal eben schnell mit ich glaube nicht an glück aber ich sollte eigentlich tot sein ich habe noch nie im leben solche angst es gibt da draußen noch eine menge zu tun der beauty falls du noch mehr geiseln findest bevor sie bist du diese verfluchten peggys dürfen sie nicht bekommen nein ich habe keine kameras im gebäude denk dran sobald du drin bist tauscht das band aus und lass dir die programmierung laufen geht klar ich muss leise sein ach so das steht auf der anderen seite ich hoffe das klappt so wie ich mir das vorstelle ich gehe ihm gleich an die kehle ich gehe ihm gleich an die kehle ich gehe ihm gleich an die kehle mensch diese rübel hier oh da ist noch einer kannst dich gleich zu deinem kollegen gesellen oh Mist jetzt voll im bauch vielleicht packe ich auch mal auf meine andere waffe noch ein schalter einfach rauf ist vielleicht gar nicht so unklug um auch noch mal dahingehend ein bisschen leise zu sein und zwar natürlich nicht so schlau hallo wolfie oh nö da hat sich mal nicht umdrehen sollen ne kann man hier rein ja ich sehe dich hab einen wallhack oh oh das sieht ja nicht so nett aus aber das anwesen hier gefällt mir schöner hier mehrblick oder sehblick besser gesagt hier ganz schön groß aber ich muss den jetzt erstmal finden das ist nicht so schön das ist echt nicht schön gefühlt ist er doch sowieso irgendwie ganz oben oh man oh man oh man was geht denn hier ab was haben wir denn hier noch gefangenenliste ja ok alter wie was 19 26 das ist ja alles nicht so alt oder er ist ganz im keller auf jeden fall gibt es hier genug waffen das ist sicher das ist sicher kein problem wo war denn hier da ist die mg ok märser kreativ die hat eine menge spielzeug oh mist das ich muss mir jetzt noch zu lange dauert ah noch getroffen sehr gut sie kommen von der straße her ja beruhige er sich sie kommen vom see kein problem wo ist denn wo kommen sie denn ich schieße mich vorne hin ah da sind sie wo sind denn die boote na ach so die sind hier schon gelandet jetzt weiß ich auch warum da so viele waffen rumlagen ach da ist noch einer ja dann wollen wir mal schauen wo ist denn da 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 komm raus danke tschüss weg mit dir ich könnte hier mal alles von insekten trucks die sind ja nicht so die gefahr feuer oh nein aua aua nein keine scharfschützen oh oh aua jetzt brenne ich auch noch ach da Moment das kann ich auch da zack da unten da kommen noch mehr ja na toll muss doch nicht sein ich muss jetzt erstmal meinen Bären retten das ist viel wichtiger ja ihr müsst kurz warten ja komm her aua oh danke 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 mein Bär ja das ist ja auch richtig so oh nö ah Moment ich hab doch hier ne hier war schön dass wir die Helis na kollegen dann kommt mal her knapp vorbei knapp vorbei das gibt's doch nicht ich hasse diese vier vier was ist das hier was ist das geschenk geschenkt das ist schön und wie und wo kommen jetzt da hinten kommen ist noch einer moment oh hab ich so getroffen tipptopp dankeschön tipptopp dann dann das würde ich auch gerne sehen